Guck doch mal, was hier so eine Cola kostet. Vielleicht kann man das ja noch überleben. Das war's für heute. Und? Hallo Leute, ja, sehr schön hier. Nur etwas teuer für uns, also reiner Luxus. Aber ist schön die Anlage anzusehen. Wir sind hier in der Nähe von Adams Peak, also Blick auf den Adams Peak. Das ist gar nicht weit weg von der Brücke, von der Neuen Bogenbrücke. Nein, Arc Bridge, die Neuen Bogenbrücke. Das ist eine tolle Location mit importierten Bambusstämmeln, kann man schon sagen, haben die hier diese Halle aufgebaut. Ganz geil gemacht. Da geht einmal als Architekt der Herz auf. Aber ich zeige euch noch warum und dann Schluss. Und? Ja. 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 Ja.